Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 7. März. Heute dabei Deutsche Telekom, Samsung, iTunes LP, Google Maps und Airbnb. Beginnen tue ich aber mit der großen Nachricht vom gestrigen Tage. Die Deutsche Telekom bietet einen Mobilfunkvertrag an mit einer unlimitierten LTE-Flatrate. Dass ich das nochmal erlebe. Ja, also der Magenta Mobil XL kostet knapp 80 Euro und bietet LTE unbegrenzt an. Hat noch ein paar andere Features, ein paar Sachen sind auch weggefallen gegenüber dem vorigen Tarif. Und ja, ich finde es gut und wir haben lange drauf gewartet, denke ich. Gleichzeitig gibt es auch noch einen neuen Einsteiger-Tarif, das ist der Magenta Mobil XS und der kostet knapp 20 Euro. Falls ihr Details wissen wollt, was in den Tarifen drin ist, dann lest euch den Link, den Shownotes durch oder geht auf die Telekom-Webseite. Wenn ihr Samsung-Smartphone-Nutzer seid, dann ist jetzt auch von Samsung ein neues Dokument veröffentlicht worden, in dem bekannt gegeben wird, welche Samsung-Smartphones noch Android-Updates bekommen und welche nicht. Ja, unter anderem das Galaxy A3, J1 und J3. Die bekommen alle kein Update mehr, obwohl sie gerade mal zwei Jahre alt sind, aber es sind halt Einsteigergeräte. Da hingegen bekommt das Galaxy S6, was schon drei Jahre auf dem Buckel hat, noch weitere Updates. Also, schaut mal rein und ich hoffe, ihr bekommt noch euer Update, denn es macht natürlich immer Sinn, nicht nur aus Sicherheitsgründen ein neuestes Android auf seinem Gerät zu haben. Wo bald Schluss ist, das ist bei iTunes LP. iTunes LP, da werden jetzt viele von euch sagen, was denn das? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich auch nur noch ganz grob daran erinnert und iTunes LP ist 2009 gestartet. Und wenn man auf iTunes ein Album gekauft hat von einem Künstler, dann gab es auch die Variante LP. Die hatte dann noch eventuell ein paar Multimedia-Sachen dabei, ein Booklet, Fotos, Videos und irgendeinen anderen Krimskrams. Ich selber habe, glaube ich, auch noch nie eine iTunes LP gehabt, seit ich bei iTunes Musik kaufe. Gab es halt eben auch nicht für jedes Album und nicht für jeden Künstler. Wurden auch nur ein paar hundert an Apple weitergegeben von den Plattenfirmen. Und wenn man überlegt, wie viel Musik sonst rausgeht, da konnte man schon erkennen, dass es nicht so der Hit wird. Und jetzt ist zu Ende 2018 auch Schluss. Und ab Ende März können schon gar keine LPs mehr von den Plattenfirmen eingereicht werden. Und ja, ich glaube, das interessiert auch keinen und keiner wird es großartig vermissen. Was ich eine relativ gute Sache finde, ist das neueste Update für Google Maps auf iOS. Das bietet nun die Möglichkeit an, wenn man sich eine Route mit den ÖPMV anzeigen lässt, dass man dort auch die Funktion aktiviert, dass diese rollstuhlgerecht ist. Das finde ich eine super Sache. Und ja, das könnt ihr jetzt aktivieren. Und ja, da sollte eigentlich mehr passieren. Die Daten wurden unter anderem auch von den Local Guides gesammelt. Das sind die, die auf Google Maps Sachen bewerten und auch Orte mit Infos versehen. Und da gibt es auch ab und zu Fragen. Und seit Längerem gab es dort auch die Frage, ob ein Ort barrierefrei ist oder rollstuhlgerecht. Und anscheinend macht Google jetzt was mit den Daten. Schöne Sache, wie gesagt. Und letztes Thema für heute, Airbnb. Die haben nämlich einen neuen Match angeheuert. Und zwar Greg Greely von Amazon. Und der war bei Amazon VP of Prime and Delivery Experience. Also der Vice-Präsident für unter anderem Amazon Prime. Und jetzt ist er bei Airbnb für diverse Sachen zuständig. Für die Home Unit, für das Superhost-Programm, für die Airbnb Collections und ein paar andere Sachen. Alles eher diese hochwertigen Sachen, die Airbnb anbietet. Wo sie eher Leute ansprechen, die so ein Hotelgefühl haben wollen. Und vielleicht ein bisschen mehr Luxus, ein bisschen mehr Service. Ja, und der gute Greg, der hat 18 Jahre bei Amazon verbracht. Also vielleicht wollte der einfach mal einen Tapetenwechsel haben. Und ja, der ist jetzt bei Airbnb. Ja, und das war's für heute schon mit dem Geek Talk Daily. Der letzte für diese Woche aus Deutschland. Morgen, den werde ich euch aus Texas einsprechen. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Mittwoch. Habt einen schönen Arbeitstag, einen schönen Schultag. Wie gesagt, Bergfest ist ja jetzt. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Ciao. Vielen Dank.